Servus Leute und Willkommen zu einem neuen Let's Play von Monster Hunter Generations Heute habe ich wieder ein neues Set am Start Ja und das Set hat folgende Skills, Angriff hoch plus 2, Scharfschwert, Schwächerausnutzung und kritischer Boost So gucken wir uns das ganze hier im Athenas Amerset Searcher an Nämlich die Skills haben wir ja am Angriff hoch, also Angriff plus 2, Schwächerausnutzung, kritischer Boost und Scharfschwert Und ihr könnt das Set machen mit einem Schärfe plus 5, Angriff 10 und 3 Slots Oder Schärfe plus 5, Angriff 9, 3 Slots oder mit einem Schärfe plus 5, Angriff 8, 3 Slot Talisman So das ganze auf Deutsch So sieht das aus Diese 2 Sätze sind möglich mit Schärfe 5, Angriff 8 Mit Schärfe 5, Angriff 9 sind dann mehrere Sätze möglich Und mit Schärfe 5, Angriff 10 sind dann diese Sätze möglich Ja Und ich benutze das mit dem Hellblade, Clavenos, Schwert und Schild Und das ganze natürlich im Striker Style Und mit diesem Set will ich jetzt Eine Dorfquest machen, die ich noch nicht gemacht habe, die noch ausständig ist Nämlich habe ich noch 4 Dorfquests offen Die 2 Rayang Und dann noch am Golden Sieber Rathalos Und dann diese 2 Quests, wo man 5 Monster jagen muss Und heute werde ich die 2 Rayang machen Und ich hoffe es läuft gut Mal sehen Aber mit Schwert und Schild ist es eigentlich Dürfte es eigentlich ganz ok sein Rayang zu machen Ich muss nur schauen, dass ich die Rauchbomben aufrechterhalten kann So Oh, er hat geschrien, oh nein Ah, der Rayang ist echt scheiße So lieber vorsichtshalber Rauchbomben benutzen Bevor mich der 2. sieht Ah, warum ist das so doof? Hier, nimm den anderen Komm hier rüber Ach, komm, schau Komm, komm, komm Mann, macht das Scham Scheiße Okay, doch nicht so einfach hier Wie ich dachte Und die Rauchbombe wird bald ihre Wirkung verlieren Jetzt muss ich mich heilen Ui Ich hasse dich, Rayang, ich hasse dich Nichts passiert Oh nein Nein Also dann habe ich Dummbomb mitgenommen Ich sehe schon, die Quest ist ganz, ganz lustig Sie macht sehr viel Spaß Ganz, ganz lustig Sie macht sehr viel Spass Komm schon, Rayang, ich hasse dich Komm schon, Rayang Komm schon, Rayang Das war krass Ich hätte nicht gedacht, dass du mich hier kriegst mit dem Angriff Aush Lass mich doch in Ruhe Ich muss wieder Affinitätsöl raufmachen Und das nutzt er natürlich aus, um mich anzugreifen Und das suck Oh Oh! Nein! Stirb! Wie viel hält der Sack jetzt noch aus? Oh ja, er ist tot! Endlich! Ja, Leute, das ist natürlich First Try hier. Mir ist egal, es muss ja kein Speedrun hier sein. Ich will einfach nur die Quest machen und dazu etwas quatschen und mich ärgern. Und ja, wie auch immer. Ist noch das Öl um? Ich hab keine Ahnung, ich glaube nicht. Jetzt ist es wieder um. Ich hab keine Ahnung. Outsch. Fick dich, Kayang. Komm schon, yo! Nichts da. Nichts da. Nichts da. Ich hab keine Ahnung. okay beim zweiten läuft so ziemlich gut ist eigentlich oder auch nicht das läuft zumindest besser als beim erst nutze ich meine falle nachschärfen wir nicht schlecht du bist vorhin meine falle gegangen ouch Oh ja, er blinde, er blinde. Tja, der zweite lief ja. Eigentlich besser, finde ich, ja. Der zweite lief wirklich besser als der erste. Ja, ich habe die Quest geschafft. War jetzt doch nicht so schwer. Aber im ersten habe ich mich schon etwas ärgern müssen. Aber der zweite war hier eigentlich kein Problem. Ja. Ah, hier nicht irgendwo ein Shiny-Trop. Okay, dann nicht. Flitzbobber! Zaum aktiviert. Yeah! Ja, Leute, das war jetzt die Quest. Ich habe mich ein bisschen geärgert beim ersten. Der zweite war eigentlich ganz gemütlich. Aber beim ersten habe ich mich wirklich geärgert. Oh, sehr viele Sachen hier. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Das war die Quest, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und man sieht sich beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.